ARIS Gerade ist aufgestanden. Ich muss nachher noch ein bisschen Anlass aufnehmen. Das war Harz und Schiefer-Sunday. Bisschen müde bin ich noch. Los geht's, Kukulkan. Locked in, Leute. Oh, was ist denn für Tanz? Will ich nicht freischalten gerade? Du, 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 Platschen. Heilige Scheiße. Muss ich sagen, ich finde ich Franz von ihm ein bisschen komisch von dem Skin. Aber was geht's? Na, ich hab ein Läser, der hat ein bisschen weit gesuchtet, könnte man fast schon sagen. Na, ich hab viel gespielt, würde ich da mal sagen. Äh... Sack. Oh... Tanz, dann... Tanz, dann... Ah, das ist klar. So, ich schätze, ich sehe sogar auf den Mana-Buff. So nett bin ich. Hat ihn da bloß drin, Juge. So, da gehen wir auch mal weg. Ich hab ihn auch bloß nicht bekommen können. So, jetzt hat den Mana-Buff. Ist ja ein bisschen doof, wenn man normalerweise Krieger spielt oder Hunter. Äh... Auf Schmäh-Jump zu gewöhnen. Die Out-Atex machen halt kein Damage. Aber... 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 Zuckerstrang, Dinger. Seht ihr nicht putzt? Oh, das macht schade. Ich wusste erst nicht. So, wir haben keine Mana. Wir haben bereits alles gewastet. Oh nein, du. Das heißt jetzt nicht. Ja, meiner nicht. Äh... Sind sie alle rausgelaufen? Ich hab keine Mana für meinen Old. Sorry, aber... Wunderbärchen. So viel Suchthema. Ich hab kein Mana, Leute. Aber auf mich hört hier keiner. Ich bin ja nur für cool Karten. Bam. Äh... F3 betroffen. Okay. Ja... 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 Aua... Bisschen gemein. Alle durchlaufen. Alle durchlaufen. Ohl. Tschüss. Meiner auch. Die einfach caged. Wenn alle zusammen sind, caged sie. Und dann kommt mal einer rein. Und... Da... Agni! Agni! Nein. Wunderschön. Haben wir schön gemacht. Alles Fluch. Ein Fluch gewesen zu sein. Haben wir nice gemacht. Haben wir drei Leute assistiert. Geh rein und catch was. Das ist ein bisschen gemein, dass der Zeus mal vor mich läuft. Alle warten auf den Tank, dass da was macht. Du bist der Tank. Du musst initiieren. Geh, geh, geh. Och, geh, geh. Manamana! Erst kommt's! Volle! Durchdringung! Ist ein bisschen her, dass ich Kukulkan gespiegelt habe. Da bin ich mir auf Stufe 1. Mindestens eine Season her. Schön, das ist voll cool. Wir haben gedacht, dass die Season 3 eigentlich erst angefangen hat. Jaja, okay. Das kostet ja auch 110. Wie gesagt, du bist der Tank. Du musst initiieren. Du bist der Tank. Du musst initiieren. Scheiße. War ein bisschen doof. Ein Mitglied hat sich geflogen. Ein Mitglied hat sich nicht galt in die Nacht. Die Todes werden sie verletzt. Ich bin ein Mitglied. Ich bin ein Mitglied. War ein. War ein. War ein. War ein. Okay. Oh, ich bin frei. Oh. Ich meine, ich hoffe, wir können uns ein zweites Ticket holen. Und das machen wir dazu. Äh. Dann nehme ich aber noch bitte das hier drüben. Und. Machen wir den hoch. Ich farm euch. Kommt her, mini 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 Minions! Wurscht. Plopp. Oh. Leute, 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 Leute! Ich muss. Oh oh! Wunderschön Wunder Oh oh Au Oh 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 I need a stupid That's of course great to set the Wukong on a killing spree Okay But The defeated Artemis is not so cool I have to admit it I have to admit it We can do it We can do it Oh yay I did the rap On my way There is a little longer Please 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 I need more No 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 More mana Sowieso ein mana intensiver Charakter Hey Hey Ich seh ihn halt eigentlich nie seinen Ultimat benutzen Ey Mal start Hm Ich glaub's hakt Ich seh ihn Den Marken hier Hälfte vom Leben aufgezwungen War er schlechth Killing spree. Oh. Oh oh. Killed mir nicht. Double kill. Attack. Killing spree. A comrade has fallen. Fragt mich nicht, was mich gestunnt hat, ich weiß es nicht. Was heißt, der packt den in die Fountain? Du sofort instant gegen geheilt wirst. Oh, Verschwendung. Attack. Ja, ist okay, ich weiß. Angreifen. Aber wie gesagt, du bist der Tank. Du initiierst nicht der Magier geht zuerst rein. Nicht der Zeus, nicht ich. Wir sind Rangeler. Wir stehen eigentlich nicht an vorderster Front. Wo ist Odin jetzt schon wieder? Da! Warum gab es so heute hinten, man? Ich weiß, dass es dein Gegner ist, man. Das Problem ist... Warum rennt unsere Texte schon wieder weg? Du hast volles Leben, Tür. Volles Leben. Ja, knock den da raus, danke. Ist ja nicht so, als ob das dich Schaden machen würde, ne? Nein, geh weg. Ja, komm her. Du bist so fake. Ja, komm her. Du bist so fake. Du bist so fake. Du bist so fake. Ich bin so fake. Das war richtig. Oh ja. Weg. Fang! Götend. Baller alles rein, was ich reinballern kann Der Cooldown Alles Und ich bin dort Ich bin in Ruhe Dann sollten wir dann den Rage Gelder, wie er heißt Ich bin in Ruhe Oh, da war ganz schön schon. Oh, ja, ja Toll Noch einen hab ich geguckt Ist er fake, ist er fake, ist er fake Was mach ich mich? Ist ich okay? Ich brauche das Mana! Lass mir die doch bitte! Oh no! Red Maust... Damage an... 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 Zwosch... Kugel... Was macht Tür eigentlich da oben schon wieder? Lass mich nicht! An enemy has been taken by the darkness. I'm a loser! Nuhuhuhuhuhu! I'm a quent! Attack! We go! Ich will den Udi nicht mehr kommentieren, ich will ihn auch nicht mehr hören, der mit seinem ständigen Attack und dann macht es damit Er ist der Tank, er wird den Scheiß Nicht ich Junge, was macht ihr, ich bin, ich bin hier vorne, ich attacke, ich, ich Aber keiner von denen kommt mit What the Toll Was passiert, wenn ein Magier initiiert und keiner mitkommt, obwohl ein Udin brüllt Er war ganz weit hinten Wir brauchen Manor Immerhin hat uns dieser wunderschöne Angriff Du hattest doch einen Warum hat er Hä? Au Quack 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 Den hab ich nicht gesehen Also ich hab ihn gesehen, aber zu spät Halt Dafür, dass der Scheiß nicht so lange, wie man schüttelt und sagt Wohl Tür nicht sterben, Tür nicht sterben Nö, bringt genau einen Nur was wir mal hier durchmachen Derjenige in den ersten Fehlermacht verliert dieses Match Lasst euch Ich kann die auf 10 runterbringen Und fahren hier Ja Können wir Leider ein bisschen zu können Ich muss mich auch durchziehen Und heran Und heran 10 zu 9 10 zu 8 9 zu 8 Oh boy Oh boy Ich kann nicht wieder zuerst Knicken 9 zu 7 Wenn das so weiter geht Werden die zuerst Auf null sein Haut jetzt Bitte Keine Scheiße Oh 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 die nachschauen ich habe es zum gesammten spiel naja bis zum nächsten mal haut rein tschüss